Wir können uns allerdings das Schulflugzeug, das fliegende Klassenzimmer nicht kaufen. Wir können die Erde nicht wirklich aus der Luft betrachten, so schön es wäre. Klar kriegen wir das hin. Eure Maschine ist startklar. Ihr fliegt nach Frankreich und besucht das Haribo-Museum. Und dem Flieger gebe ich eine Schulstunde. Jeder Schüler ab 12 Jahren kann beim Gewinnspiel mitmachen und für seine Klasse das fliegende Klassenzimmer gewinnen. Treffen wir auch den Goldbeeren? Klar, der ist der Pilot und ich mache die Verpflegung. Die Haribo-Sonderauflage, das fliegende Klassenzimmer von Erich Kästner, gibt es jetzt im Handel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017